Heute starten wir in die zweite Hälfte unserer Titelvorstellung der neuen Weihnachtscd Meine schönste Zeit. Dazu schauen wir unter das nächste Kalenderblatt. Ja und hier steht der Wunschzettel. Für unser erstes Album hatte Zwini unter anderem nach einer wahren Begebenheit das Lied vom Roten Mantel geschrieben. Diesem zugegeben etwas traurigen ersten Teil der Geschichte folgt nun das Happy End für den Weihnachtsmann. Warum sollten denn ausgerechnet die Wünsche auf dem Wunschzettel des Weihnachtsmanns unerfüllt bleiben? Wer die ganze Geschichte erfahren möchte, der sollte sich eine CD nach Hause schicken lassen. Wir hören jetzt nur kurz in den letzten Refrain hinein. Die Frau vom Glühweinstamp, sie schmunzelt und schenkt dem Weihnachtsmann ein großes Glas ein. Der wird ganz verlegen, wisst ihr was ich denk? Ab heute ist er nicht mehr allein. Biete liebkuren Herz, suche Weihnachtsengel, tausche Lichterkette gegen Kerzenschein. Wer schenkt keinen Schlitten wirklich ohne Menge, dann rodeln wir ins Glück hinein. Ich verbrenn meine Rute, lass das Rentier rennen, die vielen Geschenke sind für dich allein. Gefällt dir mein Bart nicht, werde ich mich von ihm trennen und kleide mich komplett neu ein. Jetzt wird dein Weihnachtsmann Weihnachten sein. Deine Ahnung, mit einem Sch���grenzen für die Führung. Jetzt wird dein Weihnachtsmann Weihnachtsmann, das ist in der Welt in der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020